Die Adventszeit aus der Zentralschweiz. Präsentiert von Meite Center Schweiz. Erlebnis einkaufen. Im Jahr von seinem 45. Geburtstag erstrahlt das Meite Center Schweiz und seine 56 Fachgeschäfte besonders schön. 45 individuell geschmückte Weihnachtsbäume, eine Krippe mit lebensgrossen Figuren und eine neue Dekowand verwandeln das Meite Center Schweiz in eine fantastische Weihnachtswunderwelt. Auch auf der Aussen strahlen tausende Lichter. Den grosse Himmelskugelbaum sieht man schon von Weitem weg. Vor dem Gratisparking leuchtet ein neue Adventskreisel. Ein Besuch im Meite Center Schweiz lohnt sich, weil unsere Weihnachtsbeleuchtung draussen und die Weihnachtsdekoration drinnen einfach einzigartig ist. Wir haben durch das ganze Einkaufszentrum verteilt 45 individuell geschmückte Bäume und auf dem Dach des Meite Center Schweiz erstrahlt ein 12 Meter hoher Weihnachtshimmelkugelbaum. Die weihnachtliche Stimmung hat sich auch Samichlaus nicht gehen lassen. Zusammen mit Schmutzli und Engeli hat er das Meite Center Schweiz besucht und für staunende Kinderaugen gesorgt. Alle Kinder haben eine feine Gritti-Benz bekommen. Die sind von der Schweizer Qualitätskonditorei Luenz gemacht worden, die im Meite Center Schweiz eine grosse Filiale mit einem Kaffee hat. Samichlaus ist aber nicht das einzige Highlight im Advent. Das Meite Center Schweiz hat noch viel mehr vorbereitet. Während der ganzen Adventszeit haben unsere 56 Fachgeschäfte viele Geschenksideen bereit. Und am 8. Dezember, als das Meite Center Schweiz ja offen hat, haben wir ein süsses Adventsbasteln. Am 9. Dezember kommt der legendäre Coca-Cola Weihnachtstruck vor das Meite Center Schweiz. Und dann am Sonntagsverkauf, am 17. Dezember, haben wir Weihnachtskonzerte mit dem Schlagerstar Leonard. Besucht auch Sie die Weihnachtswelt im Meite Center Schweiz und machen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe zum Erlebnis.